Salut, Marcel, wie geht's? Gut. Können wir fahren? Moment, du hast gesagt, du kannst fahren. Ja, natürlich. Du kannst fahren. Sicher. Ich habe nur noch keinen Führerschein. Ah, Marcel. Erster Gang, nicht dritter Gang. Bitte ersten Gang nehmen. Die Kupplung, vier Sekunden halten. Funktioniert nicht gut. Doch, doch, das Auto ist neu. Marcel, das Auto ist neu. Soll ich mal übernehmen? Nein, nein, ich bin im Kontroll. Also, dann konzentrier dich bitte. Beide Hände. Das ist nicht genug PS, dieses Auto. Das ist genug PS. Glaub mir, du brauchst gar nicht so viel PS. Siehst du den Kreisel? Nimmst du bitte die dritte Ausfahrt? Was machst du? Du musst jetzt fahren. Du sollst da durchfahren. Siehst du nicht, wie die anderen fahren? Komm jetzt, fahr. Links. Nimm den Scheibenwischer weg. Vorsicht, da raus. Stopp! Da raus. Gut. Schulterblick. Okay. So. Die nächste Straße bitte rechts. Den Blinker bitte. Und einspuren. Blinker. Jawohl. Einspuren. So. Langsam. Gut. Also, so langsam. Nach wieder nicht. Es ist zu langsam. Hallo? Komm, gib ein bisschen Gas. Okay. Hey, pass auf! Achtung! Hey, du bist so schnell! Mann! Sie haben gesagt, ich müsste schneller fahren. Marcel, hast du das Stopp-Shit nicht gesehen? Nein. Oh mein Gott. Aber sie haben mich gesagt, ich soll schneller fahren. Ich bin schneller gefahren. Aber du bist zu schnell gewesen, Marcel. Das geht nicht. So sehe ich nicht gut. Das geht nicht so. Du musst aber nach hinten schauen. In die Spiegel schauen, bitte. Achtung! Pass auf da rechts. Stopp! Geht nicht so. Du das mal bitte ein bisschen ausbessern. So. Gut. Das funktioniert nicht so. Ich halte dir das Lenkrad. Ich sehe nicht gut so. Was machst du jetzt? So sehe ich besser. Marcel! Das geht nicht! Hallo! Komm mit rein. So funktioniert besser. Marcel, komm rein bitte. Hallo! So sehe ich besser. Aber was siehst du rechts? Gar nichts! Oh. Hey, aber... Telefon. Hey, Marcel, du kannst doch das Telefon nicht abnehmen. Hey, Moment! Das ist wichtig jetzt. Nein, sicher nicht. Hey, stopp! Das ist wichtig. Marcel, bitte stell das Telefon weg. Hallo! Hey! Ja, es geht mir gut. Ich bin gerade beim Fahren, aber es ist ein bisschen kompliziert. Ich rufe dich zurück, Dana. Ich rufe dich zurück. Ciao, ciao. Hey, stell das Telefon ab. Ciao, ciao. Entschuldigung. Ja. Das war wichtig. Nein. Nein. Das ist ein guter Freund von mir. Es geht um die... Es geht um die Sicherheit. Verstehst du? Ja, wir waren sowieso langsam. Du kannst nicht beim Autofahren das Telefon abnehmen. Ja, das war sehr wichtig. Ah, gut. Dann lass du bitte das Auto rechts anhalten und dann kannst du telefonieren. Okay, so. Jetzt fühle ich mich richtig gut im Auto. Wirklich. Mhm. Ich habe die Kupplung gut verstanden. Gut. Ich fühle mich wirklich gut. Okay. Dann kannst du ein bisschen Gas geben, dass wir nicht dem Verkehr hinten auffallen. Ja. So, jetzt bremsen. Bremsen! Bremsen! Bremsen an der Kupplung! Pass auf! Hey! Was ist mit den Bremsen jetzt wieder? Ich habe gebremst für dich. Mein Gott, hast du Tomaten in den Augen oder was? Pass doch auf! Siehst du sie nicht? Ich hätte alles in mir. Sie war genau in der Mitte vom Fußgängerstreifen. Sie war schon fast auf der anderen Seite. Fahre bitte rechts ran. Ich kann nicht mehr. Fahre rechts ran. Fahre rechts ran. Rechts ran, bitte. Ich hoffe, du kannst parkieren. Schau, die Leute, die warten. Komm, mach vorwärts. Also, komm jetzt. Sie erklären mich nicht gut genug. Nimmst du Blinker? Retourgang, bitte. Komm. Retourgang. Zack. Hopp, hopp. Retourgang. Marcel. Schau, Achtung da. Rand. Geht nicht. So, schau rechts, links, rechts, links. Pass auf, gell? Pass auf. Ja. Scheiße. Was hast du gemacht? Mir reicht's.